In diesem Video möchte ich aufzeigen, wie wir gemessene Werte mit der Funktion f3 verwenden können. In gewissen Situationen ist es hilfreich, wenn ich einen gemessenen Wert, gerade wenn er ungerade ist, in einer Kopier- oder Verschiebefunktion als Eingabewert wiederverwenden kann. In meinem Beispiel möchte ich gerne im linken Bereich der Überwachung den gleichen Sprung übernehmen, welchen ich rechts verwende. Dazu nutze ich zuerst O für Messen, messe den bestehenden Sprung, sehe unten das Resultat, wechsle in die letzte Zoom-Stufe, aktiviere nun meinen Randbalken, wähle 6 für Kopieren, definiere die Anzahl, wähle y als Richtung und finde nun unten die Option f3. Damit kann ich den Dialog öffnen, in welchem mir der zuletzt gemessene Wert in x, y, z und als Totalbetrag angezeigt werden. Ich wähle hier den gewünschten Wert aus. Dieser wird mir unten in der Eingabezeile nochmal dargestellt. Ich könnte hier nun auch noch Manipulationen vornehmen. Ich könnte zum Beispiel die Nachkommastellen weglöschen oder mit Plus und Minus einen Zusatzwert mitgeben. Wenn das so stimmt, bestätige ich mit rechts und konnte so nun die Balken mit dem vorher auf der rechten Seite gemessenen Wert kopieren.